in der stadt ist eine seuche ausgebrochen wir haben so etwas schon befürchtet da der allgemeine gesundheit so schlecht ist bieten sie das unser also liebe leute ich habe hier acht apotheken hier rumstehen also ganz ernsthaft ja gut dann müssen wir da noch mal was hin das ist natürlich richtig ärgerlich polizei posten ja 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 so ist das arbeiten da jetzt bitte acht angestellt acht benötigt acht angestellt acht benötigt acht angestellt acht benötigt wir werden aber trotzdem glaube ich noch einen dritten tempel ich weiß es nicht so genau ich bin da noch ein bisschen um eins ob ich da wirklich noch mehr ein bisschen klatschen soll wenn ich jetzt schon zusammen ausrasten sind möchte ich eigentlich eher vermeiden wenn es irgendwie geht weil die sind mir echt ein bisschen grad total akku das ist eine super idee wenn man mich jetzt nämlich jetzt das hier und man eins zwei drei vier fünf und sechs zöpfereien jetzt hier noch daneben hin und dann bauen wir hier dann noch mal ein paar da ist es doch genau so und dann bauen wir da lieber noch mal ein architektenbüro auf so das dürfte soweit ab ein gericht niedrige löhne behindern ein ja moment also wenn das so ist dann ähm brauchen die leute also mehr arbeit und wenn die leute mehr arbeit benötigen verdammt sie haben hier nein die ganzen felder sind weg verdammt es ist doch ach man da bin ich jetzt selber dran schuld da hätte ich echt dran drauf gucken müssen das ist natürlich jetzt richtig richtig ärgerlich jetzt wollen wir hier mal die ersten gersten farmen das istomin das ist So, jetzt brauchen wir hier noch eine Arbeiterlage. Genau. Und dann brauchen wir hier mal 1, 2 Brauereien. So, jetzt haben wir erst einmal euch jetzt ein bisschen versorgt. Spirre Verschönerung bringt mir jetzt gerade eigentlich relativ wenig. Auch wenn ich es liebend gerne hinmachen würde. Aber, jetzt kommt das große Aber, wenn ich das, sobald ich das hinmache. Ich gehe da gar nicht so richtig ab und tanze erst los. So, dann machen wir jetzt mal das hier. So, dann gehen wir jetzt hier. Was ist das? Ach, Moment, Moment, äh, Musikpavillon machen. Nee, das geht dann auch nicht? Dann klatschen wir euch jetzt eben mal dorthin und dann klatschen wir hier noch eine Bühne hin. Und dann da, und dann da, und dann da. Wird schlechter, solchen Risiko, verdammt nochmal, warum denn? Das gibt es doch überhaupt gar nicht. Habt ihr wohl zu wenig Frischwasser, oder was? Ach man, 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 okay, da bauen wir das. Und dann bauen wir auch noch einen Architektenberuf auf der anderen Seite. Arbeitskräfte benötigt, ja, das hab ich mir schon fast gedacht, aber, ja, woher denn nehmen wir nicht stehen, liebe Leute? Hm? Hm. Untertitelung des ZDF, 2020 So, Feierwache, Architektenbüro, Polizeigebäude, dann braucht man noch einen Steuereintreiber. Und irgendwie? So, Feierwache, Architektenbüro! So, Feierwache, Architektenbüro! So, Feierwache, Architektenbüro! So, Feierwache, Architektenbüro! So, Feierwache! Dann haben wir jetzt hier noch mehr Gerste. So, Feierwache, Architektenbüro! 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 So, Feierwache, Architektenbüro!